Wir haben alles eingehaut in das Spiel. Der Ball holt auch nicht reingehen. Ich glaube, eine klasklare Fehlentscheidung haben wir auch gekriegt. Den Elfmeter muss man geben. Den kann man nicht geben, sondern den muss man geben. Das war eine Fehlentscheidung, die uns heute auch den Meistertitel kostet hat. Ich will mich aber nicht nur auf den Schiedsrichter ausreden. Grundsätzlich wollte der Ball nicht reingehen. Der Fußballgott wollte heute nicht, dass wir diesen Titel holen.